Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Last of Us. Wir schauen jetzt weiter wie wir zum Funkturm kommen, denn ja es ist eine verlassenen Stadt und das ist ja eigentlich nur tote Hose. Wir sind am looten. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. Also gut. Bleibt alle hier. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hintenrum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Wir müssen hintenrum. Hör auf zu schießen, Mann. Wo kommt der denn jetzt her, ey? Meinst du, ich kann den von hier aus? Zutritt verbunden, Mann! Oh, fuck! Aua! Naja, es ist zu unpräzise. So, wie gehe ich weiter? Ach, fuck dich doch, du Wichser, Alter! Scheiße, ey. Tricks, Spaß, echt. Ich sollte zum Auto. Okay. Das Auto wird euch nicht smitten! Ah, du Arschloch! Du dumme Drecksau! Komm, schieß! Ah, da ist er! Die Lenkung, den aber auch absolut nicht ab war. Du dummes Arschloch! Du dummes Arschloch! Ah! Loll, Alter! Wieser Dracken! Scheiße! Der sich nachzackelt! Hinter dem Verbrenner! Ah, ah, ah ... Ah, ah, ah ... Alter! Ich hätte hier rum gehen müssen. Mein Mundi ist ja jetzt weg. Achso, die sind auch tot. Ich werde dich abfackeln, hat er gesagt. Von wo kam der? Ich kann ja nicht hoch. Ich glaube ich muss mich heilen. So, oh Gott. Okay. Okay. Kannst du mich doch jetzt eh nicht erwischen. Kannst du gar nicht? Du Arschloch. Wie kann er mich treffen, wenn ich den kaum sehen kann? Hm. Hm. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Wo immer hier sein? Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Wir stehen. Wo seid ihr ihr verdammten Weikinge? Wo ist der? Zeig dein Köpfchen. Ja Moment muss kurz nachladen. Warte kurz. Da oben ist nicht mal ein Typ. Seht ihr das? Die war für Schieß einfach. Was ist das denn? Wie mache ich das jetzt? Ich bin gleich bei seinem Haus. Oh, da ist ja noch mal einer. Klingt als wäre deine Muniz. Ja. 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 Sehr schön. Ja. 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 noch. Da. Oh fuck, die sind da! Da bin ich blöde. Okay. Oh oh. Oh, ich check's jetzt. Hahaha. 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 Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Egal. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Wo kommen die denn jetzt her, ey? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Schleller, schneller, schneller! Oh, two first in. Nein, 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 nein. Alter, wie viele, Mann? Scheiße! Oh, Gott. Oh, Gott. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Scheiße. Mein Plan ist nicht aufgegangen, nochmal alles zu looten, nachdem wir den Sniper ausgeschaltet haben. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Äh, mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm. Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm, nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätt ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Fuck. Fuck. Oh man. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Hm. Oh, fuck. Das ist deine Schuld. Es ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht! Oh mein Gott! Herbst Jackson County Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen Aufgeregt? Ich weiß nicht was ich fühle Holzfäller Joe am Start Joey, nicht Joe Äh, ja das war Zu erwarten Aber trotzdem krass Okay, wir sind jetzt im Herbst Angelangt, ich weiß nicht wie viele Monate Oder wie viele Tage Vergangen sind, nachdem Das passiert ist, was wir jetzt für einen Sprung gemacht haben, das stand nirgends Wir sind auf jeden Fall im Jackson County Snake River Trail Mal gucken was hier auf uns wartet Und wo wir hinwollen Nein Es pisst auf jeden Fall wie aus Eimern Oh, da oben sind die Berge Okay, jetzt wird's Ländlicher Ach, wir gehen zum Bruder Hä Folgen dem Fluss Ah, hier Okay Hä Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten Mehr nicht Oh, wusste ich's doch Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich hab ne andere Und darum war er bei den Fireflies Ja Ja, deine Marlene versprach in Hoffnung Das hat ihm zunächst genügt Aber wie er so ist, hatte er bald genug davon Wie war es, Sir, bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren Ich will deine verdammte Fresse nie wieder sehen Puh Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald raus Tja Ob mit oder ohne ihn Wir schaffen das Gehen wir weiter Das ist die richtige Einstellung, Ellie Wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das So Oh Oh Du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk Eine Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität Wie macht es das? Ich weiß, was es ist und ich weiß nicht, wie es das macht Okay Wie kommen wir darüber? Ähm Das gefällt mir gar nicht Grad war noch alles schön grün im Herbst Und dann kommt da so ein scheiß Wasserkraftwerk Danger, damn No boating, no swimming, no No was? Waiting Okay Ah All wieder Komm schon, Joel Auf geht's Tja Das war die Hälfte Wenn wir das andere hoch kriegen Kommen wir rüber Ja, müssen wir auf die andere Seite Das heißt einmal außenrum Mit dem Messer die Tür öffnen Jawohl Na bitte Was haben die denn mit ihren Pfeilen Das ist mega unpraktisch Kann ich irgendwie Die Was haben wir denn alles? Einmal Medikit Medikit Ganz wichtig Okay Wenn wir da aber nicht weiter kommen Wie kommen wir denn da an? Hallo Hier geht's weiter Hier geht's weiter Nein, lieber es geht ab Sie spielt mit ihrem Messer Das ist cool Äh Muss ich schwimmen gehen? Ich denke ja Ach du kacke Okay Okay Wie komme ich da hin? Äh Äh? Was könnte was Ich komme hier nicht weiter Was könnte was Ich checke es gerade gar nicht alter Okay Lass mal überlegen Okay Hier könnte man hoch Ja aber da bräuchte man wieder so eine Palette oder sowas Hm Ja weil da ist Hier kommen wir nicht Hä? Was soll denn hier sein? Kann man mal hier rein tauchen? Hier ist auch nichts Ab nach oben Ab nach oben Elli Helf doch mal mit jetzt Der Reifen Nö Halt Löst die Holzpalette Hätet sie Wo ist denn seine Holzpalette? Oh Lul daaa Und wie von innen? Ich hole noch mal Luft. Okay. Ja gerade eben wurde ein Dreieck angezeigt. Du wirst mich verarschen jetzt. Ach komm. Was soll das denn jetzt? Na ja ich sehe auf jeden Fall jedenfalls die Folge ist schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich dann tschau.